Ein Hallo und Willkommen bei Ultra Reptifire, dem Spielmodus von Nature of Legends, der dieses Jahr wieder rausgekommen ist. Ja, wie ihr vielleicht seht, spiele ich einen Six, einen Siggi, und ansonsten haben wir noch einen Kleebutt Malfight, einen Nidalee, einen Nasus, nein, ich weiß nicht wirklich, ob Nasus so wirklich gut ist, und ein Hickering. No. Die wollen sich da was eigenes aufbauen, wa? Und fangen mit Haus und Sohn an. Ja, das ist einfach nur unnötig. Wie? Ja, wieso haben die da Werkzeuge? Wieso haben die da einen Trecker? Wieso haben die da schon Kühe eingesperrt und so ein Scheiß? Wieso bekommen die 5000 Euro, um sich was zum Fressen zu kaufen? Sollen die verrecken? Weil, weißt du, was ich mich frage? Ähm, ihr kennt ja sicherlich die Geissens, ne? Ja. Welcher Spaß hat den bitte, dass... Ich frag mich grad echt, wie viel Geld die dafür bekommen, dass die das machen? Toll. Jetzt hab ich TP abgebrochen. Alter. Erste Bombe aufgeschlagen, zweite kommt. Mein Ping ist wieder oben. Was hast du hier drühe? Deck mich. Was meinst du wohl, warum ich dich vorher noch... Gott, nee. Shit. Ich hab zwei Bomben mindestens getroffen. Die kleine Wichser, die da schon wieder... Der macht da grad eh. Scheiß. Oh, Drake. Lalalalalalalala. Nein, ich kann nix tun. Oh, hier ist das Wort. Ich komm jetzt mal allein. Das war echt geil, dass ich hier irgendwas tun kann. Ach, leck mich. Warum, du hast doch ne fette Senn. Äh. Oh, schön. Das sieht nicht sicher aus. Das sieht nicht sicher aus. Ich bin gerade auf der Lane. Ich kann direkt nicht runter. Sorry wenn er... hm. Ich weiß nicht was der kleine Rixer da drüben macht. Ich weiß nicht was. Ich bin immer noch Level 1. Also Mitte läuft es einigermaßen gut. Ja dafür Spot voller Marsch. Ich bin Rene keine Hilfe. Ja ich bin jetzt auf Level 2. Genau wie gerade die ganze Zeit. Ja du blöde Schlampe Alter. Jetzt hab ich auch mehr Angriffe als Mal. Nein. Ich müsste nie da rufen. Nie da raus zu haben. Weil Wumble ist nicht so stark. Ja. 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 Und jetzt fängt die jetzt hier schon wieder so hart. Langsam machen wir die. Langsam, aber sicher. Da weiß ich, Level 6 wird das betaut. Ich würde dir sagen, ich tanke, aber mit meinem Leben geht das nicht. Schade. Sorry, jetzt kann ich aber wieder richtig spielen. Jetzt komm ich hoch. Oh mein, das freut sich wieder. Habe ich nicht leiden, Nieder? Bereit? Ich hau jetzt gleich meine Ulti auf den No Wann ist dein Ulti wieder ready? 5 Sekunden Wann ist jetzt wieder? Ja, ich auch Soll ich euch mal, soll ich euch mal gleich meine Ulti runterwerfen? He, reicht schon Ja, mit unseren Ultis Und das nur 3 kills Boah, noch 10 Sekunden, dann haben wir wieder einen Kill Killing, da wo ich kann 3, 2 Nein Ach, jetzt bin ich tot Fuck Doch, weh Ach, Tim hier Weiß ich nicht Gammeln Rumble bekommt die Kill, das ist gut Hat die getroffen? Nein Die gehen bei allen Wald daneben Die standen hier, deine Ulti kommt noch da Ja, ich hab nicht so gut gezielt Genau, sag mal Oh, jetzt hab ich Legs hier, ey Hört er nicht Kann mal hier mit Ey Einer von euch hat doch bestimmt gleich Lust Mitte zu kommen, oder? Da ist ne Da ist ne Greedy Morgana Also bei mir funktioniert Gott gar nix Einfach da ran porten, bitte Und dann Ja Fuck Ich komm jetzt Ich wollt grad auch, dass ich halt nochmal mitgekommen, aber der Ward war weg Du siehst du bist tot, was los? Hm Die hat die Ulti einfach schon wieder Geht doch Ich entkommt meiner coolen Ulti Warum bist du nicht früher vorbeigekommen? Warum bist du nicht früher vorbeigekommen? Weil's nicht geht, guck dir doch mal meine Butter an Achso, ja, gut Schade, fast Warte, in einer Sekunde hab ich meine Ulti wieder Ich hab sie getroffen Ich dachte ich hab die verfehlt, deswegen bin ich nicht weiter hinterher Hm no Ich dachte sie keinen Kill Das stimmt Ich schreibe auf ihn Ich schreibe auf ihn Was? Der versteht nicht, dass wir mit dem Schirm abrehen Alter, im Ernst? Wie Der hat einfach immer wieder hier scheiss Black Shield Warte, ich geh mal kurz links Black Ich komm manchmal Mitte der hat die ganze zeit ihr black shield ja warte ich komme jetzt mal mit dir, hast du irgendein wort da ist wo aber mir leckt es total gerade wieso ist oh die so low ich hätte so was bekommen wäre der nahrungs ein bisschen besser First time this mode Fuck, ich hab noch drei Nachrichten Das ist richtig okay, der spielt full AP und dann fickt der alles Rechnen wir mal, wie oft du deine Ulti schon getroffen hast Langsam kotzt du das an mit den Legs in diesem Modus Ja, ich hab gerade auch Legs, das hab ich sonst eigentlich nicht Vor allem, ne, immer bin ich, dass irgendwie der die Legs hat 93 Stacks, Minute 13 ist irgendwie noch nicht so wirklich gut Ist irgendwie nicht das wahre, wenn der Tim nicht mit drauf geht Wenn der Nasus lieber die Jungle Mops macht Kannst du noch so gut sein Da fehlt einfach immer irgend so ein Spast, die da nicht mit drauf geht No I will farm, alter, kann er nichts ansehen? Hier kommt der Malfight, Malfight Boah, Danks von mir, der kleine Pisser Ein Hit noch, ein Hit auf Nieder und die wär tot Ich hab nur Rumble nicht bekommen, deswegen habt ihr jetzt überlebt Ich kann nicht mit einschreiben Das ist doch kacke Mit 34 Chips nicht Camper Falls ihr was dagegen habt, dann wird verkackt gerade den Power, ne Ey, nein, Nasus, verpisst dich Don't touch my form, du Hurensohn Verpisst dich Ich hab noch ein Report, scheiß Nubel, Alter Ich hab noch ein Report, scheiß Nubel, Alter Doch, eines ist auch ganz schlussfrei So, ETF Morgana hat Exhaust Ach, damit noch Morgana ist fertig Was, die haben auch ein, äh, die haben ein Varus? Ja Hm Oh mein Gott, Varus, kommt zurück, bitte, kommt zurück Nein, das ist doch zu gut Lauf, Fäcker, lau Easy Und er feedet mehr Lalalalala Ich glaube, ich spiele gleich Halle, äh, gar nicht mehr Backporten Irgendwann auch so nicht Ich habe Anfragen Oh Gott, Hilfe, Hilfe Oh Gott, nein, eine Nieder Kann ihm mal bitte einer schreiben, dass er annehmen soll? Oh Gott, nein, das ist doch Biene im Koffer Nimm den Komm, schick dich Kein Bock mehr Lalalala Wo ist der Nasus verreckt, hörst du da unten? Der verreckt nur, da steht 182 Ja, vor allem Nasus ist einfach fett Nein, hier ist der richtige OP Du spamsst einfach die ganze Zeit deine E Full AP, da füstest du alles mit Oh Scheiß, Ult von mir Warte, 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 warte Ich war... Nein, es kann nicht sein, dass ich instant tot bin Die ist einfach zu mir rüber geflasht und ich war tot Ich habe nicht mal eine Fähigkeit von ihr gesehen Die hat Ulti gemacht Ja, wow Die hat auch irgendwie, die, ähm Die hat irgendwie alle Fähigkeiten auf mich gesetzt Und... Ah tschüss Junge, was tut ihr da? Ich musste weg Oh mein Gott Oh mein Gott Äh, Tim Ja, hallo 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 jetzt einfach so wie hier auch aber ich hab halt so ein Far Cry 3 Bild drin ja hab ich dir da Anfrage geschickt weil das Skype hier ist irgendwie so ein bisschen im Arsch bei einem anderen Skype jetzt bei dem Neuner geht's irgendwie aber bei dem hier irgendwie nicht mehr alter wirklich lass mir mein Trump oder Hacker wenigstens, der aber auch vor mir für Gott bei Nasus dieser kleine Wichser jetzt wollen wir hier ein Tor weg no ich hab Angst vor Rumble, ich hab die 10 Dreck ich hab mal kurz die Mitte leer gefarmt 1,2,3, rein da! so will ich das sehen hier wo will ich das sehen nur ein bisschen mehr Kates für mich und dass ich nicht so lowlife bin und ich bin tot ne, ihr Schild ist einfach zu grad guckt euch mein Items an, muhahahahaha ja ja doch mit der Erd zu rennen gebetet nur ja ja rot Dix, lauf 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 rief nicht alleine mal was du hast jetzt gesagt oh lol der Speer lachte doch lauf jetzt werden die in der Mitte gefestet hui ui 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 u wo i u u u u u u u So schlecht, Alter. Kann, kann ich ja sagen. Wenn, dann, kann ich ja sagen. Oh, dann lernen wir noch, dann lernen wir noch. Alter, wie viel... Das hat 300 Stacks, Minute 22. Das ist doch guuuuut. Der kleine Piss aus mir im Jungle entlang. Und hat mir meinen ganzen Shells Farm geklaut. Hauen, Wad, Hauen, Wad, Fits. Äh, Six. Nein! Flasch, die gewonnen. Flasch, wo bin ich? Hecker, holst dich mal wieder den. Oder? Ja. Ich weiß nicht, dass er das Hacker-Room gebummt hatte. Wohl nicht. Ach ne, da ist ja Marius dann rausgegangen. Ey, wollen wir Barrelen machen? Jo. Oh, im Moment. Geh alleine. Fuck, der Victor kommt jetzt auf die Bot. Ich brauch ein bisschen Hilfe. Ne, den wird durch Barrelen. Ja man, dann geh gestern Barrelen mit Rastromundo alleine gemacht. Ich hab einfach nur auf dem Tor eingestellt. Da. Wahna. Du, 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 du. Ah, 600. Ich hab' nicht der Döcke. 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 Okay. Ich hab' nicht der Döcke. Alter, meine Passiven macht 300 Schaden. Tim! Von da nach da! Und dazu noch mal 150 Schaden mehr. Und dazu noch mal 150 Schaden mehr. Wenn ihr lauft. Du, 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 du. Aus da, Mann. Warten, dass ich kommen kann. Such dir einen aus. Und noch vier Sekunden, vier Sekunden, vier Sekunden. Verdammt. Ich komm' hier hin. Die rennen einfach alle weg von mir. Boah, wer hat den Gegner, ne? Ich würde mich so auseinandernehmen. Ah. Boah, nach zehn Sekunden, Alter. Und dann gibt's ihr einen Pentakill. Boah, hast du das gesehen? Da hab' eine Q vor mir, Mann. Hey, ey, du Wichser. Nol. Ich wollte grad sagen, keine Chance. Ach, kacke. Egal, war ich ein bisschen zu langsam. Ja, ich hab' 700 Movementspeed. Talent. Mein Vater hat Talent. Watt, 700? Hm. Naja, jetzt 500. Fuck, da kam grad' ne ganz schön dicke Ulti. Egal, ey, äh, kennt ihr das neue Yu-Gi-Oh? Neu ist schon wieder? Ja, dieses komische da mit der Pendel-Beschwörung. Achso, die Pendel-Kauen. Ja, die Pendel. Ja, das ist... Der Spin hat... Ich hab' da mal aus Langeweile reingeguckt, ne? Oh mein Gott, ich wollt' mir die Kugel geben. So kacke war das. Mann, die alten Yu-Gi-Oh-Teile sind immer noch die besten. Ja, ne. Der schreit da auch die ganze Zeit nur rum. Hör auf das Herz der Karten! Sonst hab' die Karten... Karten gebändig werden, weißt du? Ach, nö, wieso porten sie auf einmal alle auf der Toplan? Über 1300. Guck, wie schnell ich oben bin. Guck, was, äh... Naja, nicht mehr Fight, äh... Noch eine Sekunde, Mann. Jetzt geht's los, da... Ah, ne. Jetzt kommt die... Ne, morgane kommt nicht. Wir kommen den da. Warte mal, wenn ich oben bin, hab' ich meine Ult wieder. Was wollt ihr? Und wieder rein... Einer! Danke! Ach, ne, mein Tor! Ich hau' den Tor mit einem Hit fast hard live. 820 AP. Heckerlim, ich komme. Weil ich's am Anfang rum war. Ja. Komm schon los, los! Ja. Warte, Darth rufst grad an! Darth, das rufst du an, du bist doch drüben! Warum ist der Zug? Hallo? Mhm. Hallo? Ja, warum ist der Zug? Ach, du musst jetzt... Jetzt bin ich auf der Top-Lane, und... Wo bist du denn? Nee, ich hab' jetzt keinen Bock nach Berliner Platz zu fahren. Ernsthaft, glaub' ich? Wär's so Bobby Bonhoff, würde ich hinrennen, aber Berliner Platz ist zu weit. Ich müsste mich dann... Erstmal Haare waschen. Alles! Was musst du denn da vorzeigen? Bringt das, was soll ich mir noch einen zweiten Rabadon oder so kaufe? Für die Fähigkeitsstärke? Weiß nicht. Ja, bringt es. Aber bringt leider eher diesen Boni nicht mehr. Aber doch, auch der bringt den wieder. Aber der zweite bringt weniger. Da bringt den Fähigkeitsstärkebonus wieder ... Der bringt den Fähigkeitsstärkebonus wieder. mein gott ist mein bruder behindert er fährt schwarz und will dann und verlangt gerade von mir dass ich nach berliner platz kommen um ihm sein geld zu geben damit allerdings nein erste bahn schwarz gefahren und halt doch gut erwischt jetzt braucht der zettel um seine strafe bezahlen zu können und verlangt von mir dass ich das zu ihm bringe weisse und und wenn ich irgendwie hilfe oder so bauch juckt ihn nicht dann sagt der idiot in dem gelände da seht ihr euch hat gerade melfatt gefehlt diese latten haben mir fast genauso viele kids wie hier aber solos schaffen die nix ich bin zu schnell für die jungen guckt euch mal meine bomben mann scheiße du bist du wirst was machst du da sich nennt sich drake ja du musst so ein bombenmäßiges gang da gibt es doch zu ich hab Angst vor morgana wie das ist die einzige von der ich Angst habe ne einfach drauf ey soll ich mir noch soll ich mir noch nen rabbanon kaufen ne weil sich dort eigentlich nicht wirklich stackt ne weil sich dort eigentlich nicht wirklich stackt ne 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 auch ich kann mann mein trank erneuern so so wie wie läuft bei dir wie viel bekommst du traurig 600 naja ich mein jetzt vom schaden vom ad her das so habe ich nicht gekauft die wollen jetzt mit durch pushen habe ich das gefühl achten wir haben eine morgana ich muss mal kurz doch ach so ich hab mal eben top ja ich hab mal eben bot lane gedacht ja läuft voll soll ich mir mehr fähigkeitsstärke holen ne ich hab mich dicker gemacht guck mal dat nennt mann stein und wieder weg lass es nie boah was los mit dir tim über 700 ap ad habe ich dann mit ich hatte jetzt gerade fast 1000 ap hat mir noch 24 gefällt